Ja genau, also das ist dann immer die große Frage, geiles Konzept, mega einfach mit Akquise, Vertrieb und Service das zu gliedern, aber wo fange ich denn jetzt an und wie setze ich dieses Konzept in die Realität? In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Marco über unseren 100k Award, den wir ja im März diesen Jahres überreicht bekommen haben und wir wollen so ein bisschen reflektieren, wie haben wir das Ganze gemacht, welche drei Systeme stecken da dahinter und wollen gerne unsere Erfahrungen mit euch teilen. Und ich sage jetzt am Anfang, bleibt bis zum Ende dran, weil am Ende kommt noch was Cooles, wo ihr das relativ simpel die Struktur nachbauen könnt, aber so viel dann am Ende und ja, wir wollen mal mit euch ja die besten drei Tipps, die besten drei Säulen, die wir so erkannt haben, mit euch teilen und ja, die Erfahrung gemeinsam mit euch zu nutzen, dass ihr auch erfolgreich digitalisieren könnt. Genau, denn es waren schon einige Bausteine notwendig, um diese 100.000 Euro Umsatz zu knacken. Man muss dann halt wirklich immer schauen, jeder bringt ja auch so seine Expertise ein. Deswegen wollen wir jetzt einfach mal teilen, was hat gut funktioniert, sodass du dann einfach unseren Weg auch in gewisser Weise kopieren kannst und diese Prinzipien, die dem ganzen Erfolg zugrunde liegen, kopieren kannst. Weil das ist eigentlich das Entscheidende, was wir beim Reflektieren gemerkt haben, dass dem Ganzen ein Basis, ein Fundament zugrunde liegt, was immer wieder gleich ist. Ja, wir können jetzt wirklich, gib uns ein Business und wir können dir sagen, wie, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um diesen Umsatz zu steigern. Und das ist wirklich ein ganz, ganz einfaches Framework, um halt so ein Business zu analysieren und du kannst davon extrem profitieren, weil du einfach mal schauen kannst, wo bin ich schon stark, ja, wo kann ich mir vielleicht aber Hilfe suchen oder wo sind meine Baustellen. Und da hat Ike auch maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg, weil er einfach auch wesentlich große Business-Erfahrung gesammelt hat, schon vor der Zusammenarbeit mit mir. Und dort hat er dann einfach seine 17 Jahre Unternehmenserfahrung mit reingebracht und drei Säulen identifiziert, auf denen ein Business basiert, auf denen am Ende auch unser Erfolg basiert. Und das ist wirklich ein total einfaches Framework, was ich total feiere, weil man kann da Business extrem simpel runterbrechen und es wird dir wahrscheinlich auch die Augen öffnen, was möglich ist und wo es vielleicht da noch hängt bei dir, um auch diesen Umsatz zu erzielen. Ja, absolut. Und wie du schon sagtest, es war ja 17 Jahre vor dem Vertrieb drin, auch vor der Kooperation mit dir. Und im letzten Jahr, ich nenne es immer, wo ich diesen, wo ich selber, ich sage mal, diesen High-End-Vertrieb gemacht habe, wo wir mit einer kleinen Mannschaft von unter 20 Mann 15.000 Aufträge akquiriert waren, was ja eine Wahnsinns-Schlagzahl ist, habe ich für mich so die drei Bereiche analysiert. Und von welchen drei Bereichen? Ich spreche kurz die Bereiche an und dann gehe ich mal kurz in die Tiefe. Ja, was die Beispiele dahinter sind, hole dir gerne auch einen Stift, schreibe dir das auf und mache dir jetzt parallel mal Gedanken dazu. Wo sind bei dir die drei Bereiche und wo sind deine Stärken? Und danach kannst du das viel besser analysieren. Also die drei Bereiche, was ich meine, ist einmal komplett Akquise. Akquise, Kontakte schaffen. Das heißt, wie komme ich an neue Kontakte Kunden? Ich gehe gleich ins Detail ein. Der zweite Punkt ist der komplette Verkaufsprozess. Das heißt, wie wird ein Nicht-Kunde zum Kunde? Über welches Medium? Ja, über wie gut ist das Verkaufsgespräch? Was auch immer. Wie gesagt, Detail ist gleich. Und der dritte Punkt ist dann der komplette, ja, ich nenne es mal Service-Part. Das heißt, du hast den Kunden gewonnen und behaltet den Kunden auch, um eventuell in Zweitprodukten, Folgeprodukten und so weiter zu verkaufen. Weil ein langfristiger Kunde ist ja auch dein bestehender Cashflow. So, ich war jetzt in vielen Vertriebsbereichen drin und hatte, ja, von, wenn ich zurückdenke, mit 18 damals meine, wo ich selber Club-Mitgliedschaften verkauft habe. Das war so meine erste Verkaufserfahrung. Und wenn man jetzt mal diese drei Säulen betrachtet, na, Akquise, Verkauf und, ja, Service. Ich gehe mal kurz darauf den Punkt ein. Akquise kann alles sein. Ich spreche jemand persönlich an. Ich rufe jemanden kalt an. Ich mache eine Kalt-Aquise. Ich kaufe mir Ads ein. Ich schreibe tausende Leute irgendwo auf Social Media, auf irgendeinem Profil an. Das heißt, ich komme irgendwie an diesen Kontakte. Ein Verkauf kann sein, ich habe einen persönlichen Verkauf. Ich sitze eins zu eins am Verkaufsgespräch. Ich habe einen Verkauf am Telefon. Oder ich habe rein theoretisch auch ein Webinar, was für mich verkauft. Ich habe einen Verkaufstext. Das heißt, auf meiner Internetseite habe ich einen Text. Und da ist so ein kleiner Hack zwischen den Klammern. Je weniger Vertrauen und je teurer der Preis, desto besser muss euer Verkauf sein vom Produkt. So, das kann im Prinzip alles komplett eine Verkaufsphase sein. Und der dritte Punkt ist Service logischerweise eine Kundenbindung, eine geringe Stornukquote, eine gute Produktszufriedenheit, eine lange Kundenreise, um ein zweites Produkt zu verkaufen. Und jetzt nochmal so kurz, ich möchte mal so zwei, drei Beispiele aus der Praxis geben, wo Akquise, Verkauf, Service stattgefunden hat. Wer mich kennt, ich war schon immer selbstständig für verschiedene Produkte, Franchise-Systeme. Die ersten sieben Jahre B2C-Bereich unterwegs gewesen, die weiteren zehn Jahre im B2B-Markt, da vom Hochpreisprodukte bis auch hin bis zu einer kleinen Preisprodukte mit einer hohen Schlagzahl. Und da wirklich jetzt die gebündelte Erfahrung. Und ich hatte auch schon vor Marco da ein komplettes Business-Konzept zusammengeschrieben und bin eigentlich umso dankbarer, da Marco kennengelernt haben, das Ganze digital zur Verfügung zu stellen, um dieses Wissen jetzt auch mit dir zu teilen. Also nochmal zurückgespult, eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Ich hatte damals meine Club-Mitgliedschaften verkauft, das heißt, ich stand an einem Messestand, betrachte mich jetzt durch diese drei Säulen. Wer hat Akquise gemacht? Ich natürlich. Ich habe die Leute angesprochen. Direkter, kalter Kontakt. Wer hat den Verkauf gemacht? Auch ich persönlich vor Ort, weil ich habe direkt dann diese Interessenten in Kunden verwandelt und da das Vertrauen vor Ort gewonnen. Ich habe Vertrauen aufgebaut, habe Verkauf gemacht, Kunde gewonnen. Den Service der Mitgliedschaft habe ich nicht mehr selbst gemacht, habe das Ganze abgegeben. Und logischerweise ist meine Provision dann etwas kleiner. Ich habe halt nur eine Provision dafür bekommen und hatte aber mit dem Service gar nichts mehr am Hut. So, das kann ein Beispiel sein für Akquise-Verkauf-Service. Ein weiteres Beispiel. Ich denke so an den typischen, ja ich sage mal Makler. Der macht zum Beispiel alle drei Säulen komplett allein. Er macht die Akquise, vielleicht kriegt er auch mal eine Empfehlung, was ja auch nichts anderes als Akquise zum Übrigen. Er fährt zum Kunde hin, er macht den Verkauf und danach muss er auch den Produkt ja komplett noch abarbeiten. Es sei denn, du bist wieder in einer Systemstruktur drin, wo du weniger Provision bekommst. Dafür ist halt ein Bereich weniger. Wenn ich jetzt zurückdenke an meinen High-End-Vertrieb, hatte ich nur eine Kleinstprovision bekommen. Warum? Ich habe nur den Verkauf gemacht. Die Akquise und den Service wurde komplett übernommen. Das Witzige war sogar, obwohl ich dann nur ca. 20% der Provision erhalten habe vom Gesamtsystem, war dieses System an sich in jeder Part komplett effektiver. Ich habe mehr Geld verdient, als würde ich 100% Provision arbeiten, weil dann hätte ich komplett die Akquise machen müssen, den Verkauf machen müssen und den Kunden irgendwie halten. Das heißt, ich hätte gar nicht diese Schlagzeile an Verkäufen fahren können. Manchmal ist da 20% besser, wenn ich 20% mit einem höheren Faktor multiplizieren kann, als 100% mit einer kleineren Summe. Ich denke, das sollte jedem irgendwo verständlich sein. Und so ist es auch in jedem anderen Bereich. Und genauso haben wir das Business aufgebaut. Das heißt, Menschen, die zu uns kommen, Digitalunternehmer werden wollen, ihre Prämier-Mitgliedschaft aufbauen wollen, einen Kursaussteller wollen. Gibt es zum Beispiel gerade beim Kursaussteller daran, wir helfen dir, den Kurs aufzubauen. Was ist aber dann der Part? Kannst du jetzt deinen Online-Kurs, kannst du über deine persönliche Schiene, über Ads zum Beispiel schalten, du gewinnst Kunden, machst einen Vertrauensaufbau und wie findet dann der Verkauf über eine Werbeanzeige zum Beispiel statt, zu einem Nicht-Kunde zum Bekunde. Und da ist es genauso. Entweder du hast ein gutes Webinar was verkauft, ein guter Verkaufstext oder du machst es sogar am Telefontermin und verkaufst dein Produkt am Telefon. Und es ist möglich, sogar zu 80% ein Hochpreisprodukt mit mehreren tausend Euro zu verkaufen, obwohl dein Kunde gestern nicht kannte. Wenn du dazu mehr erfahren willst, wie das funktioniert, melde dich gerne auf unsere Website, auf der Coaching-Universe. Bisschen Spoiler mal zwischendrin, dass wir da auch genau damit unterstützen. Aber es ist auf jeden Fall möglich, du musst jetzt nicht, gerade wenn du mit einer kleinen Reichweite, sprich kleinen Akquise startest, macht es eher Sinn, dein Produkt, deinen Verkauf mehr zu trümmen, um die andere Säule ein bisschen wie so ein Haus in der Säule, dass die andere Säule ein bisschen aufgefangen und gestärkt wird. Hast du eher schon eine große Reichweite, also eine große Akquise-Partwood drauf. Rein mal eine E-Mail-Serie schreibst. Wenn ich sofort weiß, ich schreibe auf 10.000 Kontakte eine E-Mail-Liste, weil ich eine große Akquise-Säule schon habe, dann weißt du, okay, dann kann ich auch mal ein kleineres Produkt pitchen, wie wir es vielleicht bei Moritz gemacht haben. So haben wir auch relativ schnell in vier Tagen die 35k, also 35.000 Euro Gewinn übrigens auch erzielt. Und so funktioniert es. Und genauso haben wir die 100k, was auch fast Gewinn auch war, weil wir haben monatlich kaum Kosten, außer ein bisschen Software, das sind ein paar Tausende Euro, hält sich aber alles nach dem Rahmen. Und so haben wir das Ganze aufgebaut. Wir haben mit einem guten Verkauf das Produkt auf die Beine gestellt, einen Verkauf gemacht. Und ich glaube, dazu wird Marco, den ich als Megadidaktik- und Konzertexperten kennengelernt habe, noch mal dir ein paar Worte dazu sagen, wie du anfangen solltest mit deinem Produkt, was die richtige Reihenfolge ist. Und ich glaube, Marco, ich übergebe es kurz mal dir. Welche Tipps hast du da parat? Ja, genau. Also das ist dann immer die große Frage. Geiles Konzept, mega einfach mit Akquise, Vertrieb und Service das zu gliedern. Aber wo fange ich denn jetzt an? Und wie setze ich dieses Konzept in die Realität um? Und da komme ich immer ins Spiel, weil die meisten bleiben dann auf dieser Ebene und erklären dir das Konzept und umsetzen. Damit lassen sie sich dann allein. Jetzt wollen wir dir so ein bisschen einen Zwei-Schritte-Plan mitgeben, wie du durchgehst und das Ganze dann wirklich umsetzt. Wie haben wir angefangen? Es sind immer diese drei Bausteine. Und genau so müsstest du auch anfangen. Schau mal, Akquise. Das ist der erste Teil. Du brauchst Menschen, die deiner Zielgruppe entsprechen und denen du etwas verkaufen kannst. Also damit geht es los. Frag dich erst mal, wer sind die Menschen in deiner Zielgruppe, die ein Problem haben, was du lösen kannst? Das muss man als erstes klären. Und das Wichtige ist, erstell erst mal Konzepte dafür. Das muss alles nicht High-End-Aquise sein. Du musst da nicht tausend Leute anschreiben. Mach erst mal ein Konzept. Das ist mein Traumkunde. Vielleicht schaust du schon mal in deiner Umgebung, in deinen Kunden nach. Vielleicht hast du schon drei bis fünf Namen, die dir dann wirklich einfallen. Und damit kannst du mal starten. Mach dir mal ein Konzept über deine Zielgruppe. Was für Probleme haben die? Das ist das Wichtigste. Fokussiere dich ja nicht auf Alter oder auf irgendwelche, sag ich mal, ob männlich, weiblich, ob Student, Angestellter, Unternehmer. Das ist gar nicht so wichtig. Schau auf das Problem. Weil ich habe das auch bei mir dann beobachtet. Ich habe 500 Strategiegespräche geführt. Und das sind die unterschiedlichsten Menschen, die da drin sitzen. Vom jungen Studenten, der nebenbei was dazu verdienen will mit Online-Kursen, über die Hausfrau, die jetzt gerade Mutter geworden ist und da halt Zeit hat und sich ein passives Einkommen aufbauen will. Und dann bis hin zum gestandenen Unternehmer, die schon massive Plattformen aufgebaut haben, die einfach jetzt Zeit und Geld gewinnen wollen und da einfach ihrer Zielgruppe auch ein besseres Angebot noch zu liefern. Wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass wir alles nur Unternehmer ansprechen, hätte ich die Studenten und Hausfrauen nie erreicht. Aber eins vereint alle. Und das ist das Problem. Ich habe ein Wissen. Ich will damit Geld verdienen, aber ich weiß nicht wie. Und damit kommen sie zu uns, ihr Wissen zu digitalisieren, aber sie wissen nicht wie. Und sie haben alle diesen Wunsch, passives Einkommen zu erreichen. Am besten 10.000 Euro pro Monat. Das ist bei fast 90 Prozent das Ziel. Das haben wir sehr, sehr klar identifiziert mittlerweile. Am Anfang wird das bei dir relativ vage sein. Du wirst sagen, hey, ich bin da irgendwie in der Digitalisierung unterwegs, ich berate Firmen und so weiter. Da haben wir auch viele Kunden. Und dann schärft sich dieses Konzept auch immer weiter. Aber du bringst mal auf Papier, wer sind die Menschen in deiner Zielgruppe? Mach dir ein Akquise-Konzept. Und ja, jetzt wirst du dir vielleicht schon denken, was als nächstes kommt. Mach ein Verkaufskonzept. Wenn du Menschen hast, die das Problem haben, wie wirst du dann verkaufen? Wirst du ihnen ein Telefonat bitten? Wirst du auf eine Messe gehen? Wirst du eins zu eins Menschen ansprechen? Oder holst du dir einen Verkäufer mit ins Boot, der dann für dich verkauft? Oder machst du ein Webinar? Machst du einen automatisierten Verkauf, weil dein Produkt auch nicht so teuer ist, sodass du gar nicht so viel Vertrauen aufbauen musst? Also mach mal ein Konzept über den Vertrieb. Was und vor allem wie willst du verkaufen? Und das ist der dritte Schritt dann. Mach ein Service-Konzept. Also was ist dein Produkt dann überhaupt, was du anbietest? Ist das eine Dienstleistung? Ist das ein Coaching? Ist das ein Online-Kurs? Ist das eine Challenge? Da gibt es ja verschiedene Produkttypen. Dazu haben wir auch schon Podcast-Folgen gemacht. Kannst du dir da auch nochmal Inspirationen holen. Aber das sind die drei Punkte. Und zu jedem dieser drei Punkte solltest du ein Konzept erstmal machen. Das ist nur ein PDF, nur ein Blatt Papier, wo erstmal draufsteht, wer ist meine Zielgruppe? Wie werde ich was verkaufen? Und was werde ich ihnen verkaufen? Das sind diese drei Punkte. Und dann hast du schon mal für alle drei Säulen ein Konzept. Und ja, guess what? Was machst du, wenn du ein Konzept auf Papier hast? Du baust den ersten Prototypen und startest mal diese Reise, diese Rakete, wie wir es nennen. Du entschlüsselst damit die Raketenwissenschaft und startest mal. Wie schon gesagt, wenn du ein Konzept hast, wer ist deine Zielgruppe? In deiner Umgebung wirst du relativ leicht drei bis fünf Leute finden, die da in diese Zielgruppe fallen. Dann schreibst du die an und sagst, hey, ich habe dann eine Idee, wollen wir mal, und jetzt kommt deine Verkaufsmethode, wollen wir mal telefonieren, wollen wir uns vor Ort treffen, wollen wir mal ein Webinar uns zusammen anschauen zur Not. Aber so kannst du dann was verkaufen. Und dann geht es nur noch dran, dein Produkt aufzusetzen, eine grobe Struktur umzusetzen, technisch. und schon hast du ein Business, was viele nicht haben. Viele schrauben am Produkt, schrauben ewig an ihre Dienstleistung, sind da super perfektionistisch, ich brauche noch das Logo, ich brauche noch die perfekte Website, aber du hast noch kein Business, weil du hast keine Akquise, du hast keinen Vertrieb und du hast auch noch kein fertiges Angebot, was du verkaufst. Und demzufolge fehlt dir auch der Umsatz. Und das sehen wir so häufig, dass sich Leute in einem dieser drei Bereiche komplett verirren. Und da weiß ich auch, dass es ganz schwierig ist, alle Bereiche zu vereinen. Du wirst selten der perfekte Netzwerker und Akquise-Mensch sein. Du wirst selten ein perfekter Verkäufer sein, der alles und jeden abschließt sozusagen, den er im Gespräch hat. Und du wirst auch kaum ein super Experte sein und ein super Service-Dienstleister, der dann auch noch die Kunden perfekt bedient und lange hält. Es ist schwierig, das alles in einer Person zu vereinen. Schau mal, was deine Stärke ist. Schau mal, wo du jetzt extrem gut bist. Die meisten von unseren Hörern und Kunden sind gute Experten. Das sind alles wirklich hochklassige Leute, die was drauf haben, aber ihnen fehlt dann Akquise oder Vertrieb. Also schau mal, was es bei dir ist. Was ist deine Stärke? Das ist schon mal top. Da bist du schon sehr weit. Wo brauchst du Hilfe? Akquise? Brauchst du Kontakte? Brauchst du Reichweite? Oder Vertrieb? Hast du Reichweite, aber die Abschlüsse sind nicht so, wie du dir das vorstellst. Demzufolge auch der Umsatz noch ausbaufähig. Das sind so diese drei Säulen. Und jetzt haben wir uns da auch ein bisschen was überlegt, weil wir genau wissen, man kann das schwer alleine schaffen und man braucht vor allem eine Strategie, man braucht auch einen Coach, der einem sagt, hey, das ist bei dir der größte Hebel und genau da wollen wir dir auch helfen und haben dafür die drei Säulen für dich nochmal geschaffen. Und da hat Ike maßgeblich mitgewirkt, eine riesige neue Vision und Konzept geschaffen und da bin ich gespannt jetzt auch, wie er dir das rüberbringt. Sehr schön. Aus meiner Sicht nochmal, ich finde der Verkauf, wie du sagtest, didaktisch auf dem Papier, muss diese Reise da sein. Also im Verkauf, also ich als Verkäufer, muss genau wissen, was kann ich on point verkaufen. Das ist schon wichtig. Die wichtigste Säule ist aber trotzdem der Verkauf, weil Kunden kriege ich irgendwie immer ran, das geht und ich stelle mich irgendwo nackt auf die Straße irgendwo hin, ich verkaufe dir irgendwie was und du kannst selbst in Eskimo einen Kühlschrank verkaufen, man muss nur die richtige Perspektive irgendwo sehen und ich sage dir, Marco, jeder Eskimo braucht einen Kühlschrank, weil dieses Ding, dieser komische Kühlschrank oder wie auch immer das heißt, wenn ich diesen rückwärts am Iglu anschließe, habe ich nämlich einen Vorteil, A, geführt meine Ware von außen nicht ein, weil ein Kühlschrank ist ja nur ein Temperaturregler, der die Temperatur auf 4 Grad regelt, in der Antarktis ist die Temperatur auf Minusgrad und dann kann ich mein Essen tiefgefroren nicht essen, also ist es ja eigentlich ein Wärmeschrank, von dort aus gesehen. Also einfach nur mal die Perspektive ändern, im Verkauf und dann habe ich nämlich ein schönes Frischheideschrank und von hinten strahlt er noch Wärme ab und dann habe ich sogar noch eine Heizung von meinem Iglu und darum sage ich ja, jeder braucht eigentlich auch einen Kühlschrank, selbst der Eskimo. Okay, kurzer Ausflug in der Verkaufsexpertise, warum der Verkauf am wichtigsten ist. Der Verkauf, also das Produkt, wie du sagtest, muss auf dem Papier stehen. Ich als Verkäufer muss genau wissen, muss diese Vision beim Kunde gegenüber wecken. Ich brauche aber keine Website, ich brauche kein Logo, wenn ich ein fertiges Produkt habe. Ich genau weiß, Kunde, da stehst du, habe ein gutes Vertrauen aufgebaut, da geht es hin, das ist das richtige Produkt und kann es ihn wirklich on point nennen. Dann kann ich in diesem Moment verkaufen. Punkt. Ihr müsst gar nicht das Produkt jetzt schon fertig haben. Bitte nicht falsch verstehen, wenn ich ein gutes Produkt habe, ist es auch gut und wichtig, gute Produkte zu haben. Das heißt aber rein theoretisch, ich könnte nur ein Konzept verkaufen und das Produkt danach schaffen und das ist auch diese Methodik, gerade zum Beispiel für Menschen, die eine Idee haben, bitte schließ dich nicht ein, erstell irgendein neues Produkt oder Online-Kurs, schließ dich ein Jahr ein und feier an diesem Kurs und du weißt nicht, wie es funktioniert. Darum sage ich ja, wir arbeiten es extrem konkret, wir machen mit dir in ein, zwei Wochen das Konzept fertig und danach gehen wir schon in den Verkauf und wenn wir die ersten Kunden gewonnen haben, beführen wir das Ganze mit Leben und verbessern es sogar nach und haben sogar zwei Vorteile am Ende. Wir haben ein besseres Produkt als vorher, weil wir mit Feedback arbeiten. Wir haben den Verkauf, wir haben Umsatz gemacht und wir haben sogar noch einen dritten Effekt, wir haben Testimonials mit dazu und darum sage ich, beispielsweise auch gerade dieser Vortrag München, Marco, wir waren dieses Raketen-Video, ich liebe ja in Bildern zu sprechen und wir sagen ja auch, dass Online-Business wie so eine Rakete aufbauen, du brauchst deine Reichweite, was du generell erreichst, was so ein bisschen die Flamme hinten raus der Rakete ist, du brauchst irgendwo einen Tank, was deine E-Mail-Liste ist und dann brauchst du einen Antrieb, der das Ganze verwandelt und das ist auch bei einer Rakete, ist es genauso, genauso der Motor, ich sage mal der Zünder, was Wasserstoff und Sauerstoff vereint, was die 26 Millionen PS zum Fliegen bringt der Rakete, das ist genau der Verkauf, das ist der Punkt, wo genau diese Komponenten zusammenkommt und jetzt nochmal auf den Punkt, wir haben diese drei Säulen geschaffen und ich bin auch gespannt, gib uns gerne auch mal ein Feedback, schreib uns eine E-Mail, komm auf die Website, schreib uns und hol dir auch gerne die Hilfe, bin gespannt, welche Säulen, wo bist du, wie ist deine Aufschlüsselung, was ist bei dir die Akquise, was ist bei dir der Verkauf, was ist bei dir der Service, schreib dir auch mal auf, wo bist du besonders gut und wo hast du ein Mango, in der Regel hast du immer eine Stärke, also eins ist immer mindestens ein Millimeter, mindestens weiter vorn und manchmal gerade in der Skalierung ist es auch hilfreich, ja, dir Partner zu holen, Mitarbeiter zu holen, diese Parts, wo du Schwächen hast, einfach zu übernehmen, weil ein Unternehmer arbeitet ja immer einen Wert pro Stunde und wenn du einen kleineren Wert pro Stunde arbeitest, macht das manchmal lieber Sinn, deinen Wert in deinem Bereich zu erhöhen, wo du gut bist und wir haben diese drei Säulen geschaffen, das heißt, mit der Coaching Universe haben wir komplett den perfekten Service für dich, wir helfen dir, das Ganze umzusetzen, ein perfektes Konzept aufzubauen und wir haben ja aktuell schon die 84% Erfolgsquote, wo die Leute frühzeitig verkaufen und wir lieben ja auch diese langfristige Kooperation und Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, werden wir komplett die anderen Säulen mit unterstützen. Das heißt, wir bieten nicht nur dir den perfekten Service, wir bieten auch Menschen oder unseren Kunden, Teilnehmer mit deinen Freunden, auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wir geben dir auch diese Akquise-Kontakte, jetzt steckt der Name schon drin, Kontakte, Contact, es wird jetzt noch eine zweite Firma parallel und dritte mitgeben, das ist einmal die Contact Universe, die dieses Thema, ja, dir schafft und diese hilft. Wie du auf einen Schlag und da sind wir auch schon eigentlich Wahnsinn, was heutzutage geht und haben da auch einen super Partner gefunden, wie du auf einen Schlag wirklich 10, 20, 100.000 Kontakte auf einen Schlag bekommen kannst, die du normal richtig teuer einkaufst. Das geht, weil wir sind alles so knapp vor der Mauer mit der Nase, dass wir manchmal einfach nur einen Schritt zurückgehen, wie die Akquise früher war und da einfach einen anderen Ansatz gewählt haben und da kommen wir wieder auf Leadpreise, die sind wirklich so gut wie vor zehn Jahren in diesem App-Markt. Da bieten wir einfach diese Möglichkeit, wenn du da Schwächen hast, dir einfach neue Kontakte zum extrem günstigten Preis und mit einer 99% Zeitersparnis zu verschaffen. Also Punkt eins. Punkt zwei ist genauso, wenn dein Verkauf, wo du sagen kannst, hey, ich bräuchte hier eigentlich einen Verkäufer, der meine Produkte verkauft oder Partnerschaften, werden wir auch genau an diesem Punkt nochmal einen Ansatz. wie wir dir deine Produkte helfen zu verkaufen. Egal ob das jetzt über ein Telefonverkauf von Hochpreisproduktes oder über eine Kooperation und das Ganze wird dann auch die Corporation Universe sein und das sind genau diese drei Säulen, die jedes, jedes Business braucht. Du brauchst Kontakte, du brauchst Kunden, egal ob über Empfehlungsmarketing, du schaltest eine Werbung, du hast, ja, persönliche Kontakte, E-Mail-Liste, also du brauchst irgendwo Kontakte. Die Phase 2 ist, du musst deine Kontakte verwandeln in den Verkaufsprozess und hinten raus musst du einen guten Service machen. Und ich bin jetzt über dein Feedback gespannt und melde dich gern bei uns, wenn du irgendwo in den Bereichen Hilfe brauchst, gib uns gern auch diese Auswertung und wir haben übrigens noch, ich glaube, für die dritte Säule haben wir noch unsere schöne Aktion noch. Es gibt ja unseren kleinen schönen Raketenplaner für, ja, wo du erst mal diese, dieses Ganze eine schöne Übersicht bekommst und diesen Raketenplaner haben wir ja für 119 Euro und den wollen wie du eigentlich hier als Podcast-Hörer, ich sage mal schenken, ich sage mal so gut wie schenken, guck mal, du teilst da bestimmt auch mal einen Link unten für die Hörer mit rein, den kannst du dir schon mal mit holen, kosten, kleiner Euro-Betrag mit für einen kleinen Aufwand, einfach, das zeigt eine kleine Bereitschaft von dir, würde ich dir im ersten Schritt empfehlen, hol dir den mit runter, füttet den Planer bitte mal mit aus, danach haben wir eine gute Produktstruktur und danach holst du dir einfach in uns noch ein schönes, kurzes, knackliches Aufbaugespräch für die anderen beiden Säulen und gerne auch für diese Säule und dann können wir gerne, ja, das mit dir auch gerne durchgehen, also schau unten mal in den Show Notes, hol dir diesen Raketenplaner, ich sage mal, das ist so gut wie geschenkt, mit zu viel Podcast-Hörer, der kostet nochmal 170 Euro, den verschenken wir dir jetzt mal hier, wie gesagt, verschenken, ich sage mal, einen kleinen Euro-Betrag, das einfach ein kleiner Wille von dir auch da ist, weil was nichts kostet, ist ja nichts wert und dann hast du die erste Ausbaustufe, ja, bei der Rakete schon gezündet und die anderen zwei helfen dir gerne noch mit nach und ja, wie gesagt, schreib das gerne mal auf dem Papier auf, was deine drei Säulen ist, mach dir bewusst, wo deine Stärken sind und gib uns gerne auch da mal ein Feedback, komm auf uns zu, schreibe uns gerne eine E-Mail, ich bin gespannt, ja, was so deine Säulen sind, wo du Unterstützung brauchst und gib uns gerne mal ein Feedback, wie du es findest, dass wir unsere Kunden auch nicht nur den Service perfekt mit anbieten, sondern auch, dass wir dir alternativ auch mal zeigen, wir helfen dir beim Kontaktaufbau und wir helfen dir auch gerne beim Verkauf. Sehr geil zusammengefasst und da kann ich nur noch hinzufügen, das ist halt unser Anliegen, das große Ganze zu vermitteln, ja, weil diese Prinzipien, diese Konzepte hat kaum jemand durchdrungen, ja, kaum jemand hat das Business, hat so viele Businesse gesehen, dass er diese Systeme versteht, ja, dafür haben wir halt 17 Jahre und tausende Strategiegespräche gebraucht und wir wollen dir halt das große Ganze vermitteln und dich dann dabei auch unterstützen, weil jeder hat dort Baustellen und das ist auch noch mal ganz wichtig, hol dir wirklich so ein Strategiegespräch dann auch mit uns, unserem Team, weil du selber hast Blindspots, also du, das ist genau das, was Ike sagte mit der Mauer, du stehst so nah oder du bist ja in deinem Business, logischerweise kannst du in deinem Business nicht jede Baustelle überblicken, aber wenn mal jemand aus der Vogelperspektive, ja, aus dem Weltall praktisch auf dein, auf dein Business schaut, dann wird er genau sehen, ach, guck mal da, da fehlt die Akquise, das ist ja komplett die Baustelle und das ist total einfach von außen zu sehen, deswegen hol dir halt Hilfe, komm mit dem Online-Business-Planer, dem Raketenplaner zu uns, dann haben wir auch super Ausgangssituationen, du wirst beim Ausfüllen des Raketenplaners auch schon mal selber merken, ah, okay, die Fragen, was für einen, was für einen Verkauf ich habe, okay, stimmt, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, wir fragen auch verschiedene Produktkategorien ab, ja, hast du eine Mastermind, hast du andere Produkte und da ist bei den meisten halt eine Lücke und dann ist ganz klar bei uns, okay, da können wir ansetzen, da können wir den Service verbessern, Kunden längerfristig binden, mehr Geld verdienen und den Kunden auch einen besseren Service bieten und deswegen nutzt dieses Angebot Raketenplaner wirklich, ja, zum fast geschenkten Preis und dann halt auch ein Strategiegespräch hintendran, um das Ganze nochmal persönlich mit einem Profi zu besprechen. In dem Sinne, nutz diese Chance, mach dir erstmal jetzt auf dem Papier auch deine drei Säulen bewusst und schau, wo deine Stärke liegt und für die Identifizierung der Baustellen nutz gerne den Raketenplaner und unser Strategiegespräch. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir geholfen, gefallen, hinterlass gerne auch eine Bewertung, Daumen nach oben oder bei iTunes einfach mal fünf Sterne drücken und natürlich auch abonnieren, ja, um keine weitere Folge zu verpassen und dann hören wir uns in der nächsten wieder. Bis dahin, ciao! Ciao!